Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Mehr für Ihre Sicherheit. Wer sich vor unerwünschten Besuch schützen will, kann mit Videoüberwachung und Alarmanlagen nachrüsten. Welche Produkte wirklich sinnvoll sind, sagt Ihnen unser Experte. Und Antik ist schick. Sammlerstück, Lebensanstellung oder einfach eine Erinnerung an längst vergangene Zeiten. Antike Möbel sind heute gefragter denn je. Wir haben ein Familienunternehmen besucht, das alte Möbel wieder aufleben lässt. Die Deutschen fühlen sich immer unsicherer und haben den Wunsch nach mehr Sicherheit und Polizei. Das ist das Ergebnis einer deutschlandweiten Umfrage. Ein Grund dafür sind sicherlich auch die ständig steigenden Einbruchszahlen. Wie Sie Ihr Zuhause schützen können, das zeigen wir Ihnen heute hier bei Bauen und Wohnen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wenn ich Ihnen sagen könnte, wie alt dieser Flügel ist, könnte ich Ihnen auch verraten, ob er schon als Antik gilt. Wir zeigen Ihnen heute, was wirklich antike Möbel sind und stellen Ihnen auch den Beruf des Restaurators vor. Diese Experten hauchen älteren Möbeln wieder Leben ein und machen sie zu echten Schmuckstücken. Faszination Antikmöbel. Ein antikes Möbelstück hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Egal ob bei den Großeltern oder im Museum. Ein solches Stück Zeitgeschichte muss aber mindestens 100 Jahre alt sein, um als Antik zu gelten. Also das geht so los bei der Spät-Renaissance und hört praktisch auf so um 1900. Allerdings sehen viele antike Möbelstücke nach einigen hundert Jahren optisch nicht mehr ganz so ansprechend aus. Auch an ihnen schreitet eine so lange Zeit nicht spurlos vorbei. Um die Antiquitäten wieder im alten Glanz erstrahlen zu lassen, kümmern sich Restaurateure. Der Fachmann zeigt uns an einem antiken Tisch, welche Arbeitsschritte dafür wichtig sind. Als erstes werden Beschläge und Schlösser abmontiert, dass die Holzoberfläche optimal bearbeitet werden kann. Die Konstruktion wird stabilisiert und eine Lackpolitur aufgetragen. Wichtig bei der Restauration ist, dass das Möbelstück original erhalten bleibt. Die Oberfläche darf deswegen auf keinen Fall abgeschliffen werden. So würde das Möbelstück seinen ursprünglichen Charakter verlieren. Und wenn man sich das jetzt hier anschaut, da sieht man, der Spalt hier ist relativ schmal und zur rechten Seite hin ist er relativ hoch. Das heißt, da stimmt was mit der Schubladenführung nicht. Wahrscheinlich ist die abgelaufen. Und man kann sich das jetzt von innen anschauen. Das sieht noch recht gut aus. Das heißt, man würde jetzt in diesem Fall vermutlich hier Holz aufsetzen, dass die Schublade einfach wieder in die richtige Höhe kommt. Eine komplette Restauration dauert mehrere Wochen, da das Möbelstück nach einem Arbeitsschritt meistens ein oder zwei Tage ruhen muss. Dafür merkt man den Vorher-Nachher-Unterschied deutlich, wie auf diesen Fotos zu sehen. Gearbeitet wird also mit viel Liebe zum Detail. Ja, eigentlich, dass auch eine gewisse Emotionalität in den Möbeln steckt. Man spürt, und ich glaube auch, wenn man das nicht vom Fach ist, dass einfach ein Unterschied ist zwischen einem Möbel, was letztendlich vom Fließband fällt, wo ich meine Schreinerlehre hier vor bald vier Jahrzehnten gemacht habe, da hieß es, dass man noch anderthalb Stunden als Schreiner an einem kompletten Schlafzimmer verbringen darf. Irgendwo mal ein bisschen hinterherfuschen und wenn man bedenkt, dass man dann Möbel hat, wo manchmal über Jahre Leute daran gearbeitet haben. Und das kommt auch irgendwo rüber und das spürt unterschwellig auch ein Kunde oder jemand, der jetzt nicht unbedingt vom Handwerk ist. Die Sachen strahlen was aus, sie sind nicht leblos. Und man hat heutzutage genug leblose Sachen in der Wohnung. Ob sich eine Restauration lohnt, ist immer abhängig vom Zustand des Möbelstücks und wie aufwendig die Restauration ist. Wussten sie, dass Antikmöbel auch umweltschonend sind? Die wurden zum Teil lange vor unserer Zeit hergestellt und sind deswegen nicht CO2 belastet. Und gleichzeitig sind sie ein Stück Zeitgeschichte. Stellen Sie sich vor, Sie interessieren sich für eine Wohnung oder für ein Haus und können dieses bis ins Detail besichtigen, ohne es je in Natura zu betreten. Eine neue Technik macht das möglich. Stichwort virtueller Hausrundgang. Das Schöne ist, Sie können nicht nur den Ist-Zustand begutachten, sondern Sie können die Wohnung oder das Haus auch noch gleich neu einrichten. Claudia Zidorn hat den neuen Trend mal genauer unter die Lupe genommen. Paar Mausklick durch das neue Traumhaus. Eine virtuelle Hausbesichtigung, die einige Immobilienmakler bereits anbieten, soll den Immobilienkauf entspannter gestalten. Der kann die Räume selber betreten. Bei einer normalen 3D-Animation kann er halt dann schauen, wie sich das Bild so bis jetzt automatisch dreht. Und was jetzt halt dazu kommt, dass wir hier, wo die Buttons dann sich befinden, kann ich praktisch das Haus dann betreten über den Weg, wo ich möchte. Wir haben hier die Möglichkeit, dass wir jeden Raum präsentieren können und aus jeder Perspektive, wie wir es möchten, beziehungsweise wie es der Interessent möchte. Dann spart er sich natürlich sich und uns Zeit. Vor allem die Eigentümer müssen nicht permanent ihr Haus aufräumen oder sonstiges. Das brauchen wir einmal. Und somit hat es natürlich einen großen Vorteil. Ich spare mir natürlich als Interessent die Zeit und kann schon mal sagen, okay, das ist mein Geschmack, der Boden ist mein Geschmack, die Sicht ist mein Geschmack. Und erst wenn wir dann wirklich mal, sagen wir mal, ernsthafte Interessenten nach dieser Begehung haben, lohnt es auch, dass wir dann vor Ort eine Besichtigung durchführen. Nur vom Makler geprüfte Interessenten bekommen einen verschlüsselten Link zur Begehung der Immobilie. Im Verlaufsprotokoll kann nachvollzogen werden, wer wie lange wo verweilt ist. Das gibt Auskunft über potenzielle Käufer. Dabei ist das Tool nicht nur für große Immobilien interessant. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es sind genau diese kleineren Einheiten, wo man dann über diese Software dann bewerben kann. Sprich, man kann sie präsentieren im Internet. Vor allem vermiete die Objekte. Idealerweise haben wir ja immer dann auch leicht Hürden zu nehmen, wenn Mieter da drin sitzen, gibt es keine Besichtigung, da habe ich keine Zeit, sagen kurzfristig ab. Also auch hier wiederum das alte Prinzip, wir sparen Zeit und sparen Geld. Und somit gilt es für alle, aber ganz speziell für kleine Reinheiten oder Sanierungsobjekte. Denn das Tool gestaltet auch Räume, die noch gar nicht vollständig vorhanden sind. Und so können sich Interessenten ein besseres Bild von der künftigen Wohnung oder dem Haus machen. Es wird die Zukunft sein, ganz klar. Nachdem wir ja das Medium Computer, PC, Mac, wie man sie alle nennen will, dass wir alle unter einem Hut haben, wird es so sein. Wir kaufen heute Schuhe, wir kaufen alles und dann kaufen wir natürlich auch Immobilien über diesen Weg. Es wird sicherlich in diese Richtung gehen, dass die Eigentümer sagen, ja Moment, wenn wir eine Immobilie verkaufen, dann aber richtig. Und dann soll sie auch so präsentiert werden mit denen. Dass die Immobilie nicht gleich nach der virtuellen Besichtigung gekauft wird, ist klar. Der Termin vor Ort bleibt. In 96 Prozent der Fälle kauft übrigens am Ende der, der auch am längsten online beim Objekt verweilt ist. Die Deutschen haben den Wunsch nach mehr Sicherheit. Speziell das eigene Zuhause soll natürlich sicher sein. Neben der mechanischen Nachrüstung sind derzeit Video- und Fernüberwachung der neueste Trend. Doch was bringen Video- und Fernüberwachung wirklich? Das klären wir gleich hier bei Bauen und Wohnen. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Die Kriminalität in Deutschland nimmt immer weiter zu und immer mehr Haus- und Wohnungsbesitzer greifen zu Sicherheitsmaßnahmen, um sich vor Einbrüchen zu schützen. Die Auswahl an Sicherheitstechnik ist fast grenzenlos. Wir zeigen Ihnen, welche Sicherheitstechnik es derzeit auf dem Markt gibt und welche auch wirklich funktioniert. Wenn Sie Ihre eigenen vier Wände schützen möchten, rät der Fachmann wie auch die Polizei als erstes zur mechanischen Sicherheitstechnik. Das derzeit gängigste und laut Fachmann sicherste Modell auf dem Markt ist das sogenannte Stangenschloss zur Anbringung an Fenster- und Balkontüren. Gesichert mit sogenannten Schließnasen. Diese Art Schloss hält eine Krafteinwirkung von über einer Tonne aus. Kostenpunkt zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Wenn Ihnen diese Art Sicherung noch nicht reicht, können Sie dann mit der Videoüberwachung noch einen draufsetzen. Auch hier eine Neuheit auf dem Markt ist das Drei-Komponenten-Modell. Bestehend aus Magnetkontakt, Alarmanlage und Kamera. Also das ist so, bei allem was mit Video ist, empfehle ich mir, verkabelte zu nehmen. Wenn es geht, weniger Funk wegen Funkstörungen und so. Aber das wird verkabelt mit der Zentrale. Und wenn er irgendwo ein Fenster aufreißt oder so und es geht ein Magnetkontakt runter, dann geht dann sofort die Kamera an, die da Nachtsichtgerät drin. Das heißt, sie sieht ihn so, wie er am Tag herläuft. Die Vielfalt an elektronischer Überwachung ist groß. Vom kleinen bis zum großen Bedarf. Knapp die Hälfte aller Eigentümer oder Mieter nutzt Videoüberwachungstechnik. Unser Modellbeispiel bringt noch einen Vorteil mit. Im Zeitalter des Smartphones können Sie im Alarmfall über Ihr Handy Ihre Anlage weltweit steuern, schnell reagieren und so gegebenenfalls Hilfe anfordern. Ja, Vorneüberwachung ist ja so, die Anlage sagt mir genau, was für ein Magnetkontakt herabgegangen ist. Die ganze Anlage hat jedes Fenster drin, hat jeden Bewegungsmelder drin, hat jeden Rauchmelder drin. Und dann sagt die Anlage mir, was ist passiert. Und das kann ich auch über das Handy abfragen nachher. Der Kostenpunkt für eine solche Anlage liegt bei rund 5000 Euro. Natürlich gibt es in diesem Bereich auch preisgünstigere Modelle. Um Einbrecher nur mit Kamera-Attrappen abzuschrecken, davon rät der Fachmann allerdings grundsätzlich ab. Nein, Attrappen kann man komplett vergessen. Da sieht man, dass der Kunde Angst hat, dass die Personen Angst haben, die sich schützen wollen. Sie haben aber gar kein Geld, was richtiges zu kaufen. Also wir raten von Attrappen absolut ab, weil die kann man überall billig erworben, haben aber absolut kein Wort. Absolut nicht. Fazit, der Eigentümer oder Mieter möchte so schnell wie möglich wissen, wenn ein Einbrecher versucht einzudringen. Mit der mechanischen Sicherheitstechnik wird ihm das erstmal sehr schwer gemacht. Wichtig, laut Fachmann, ist hier das richtige Zusammenspiel von mechanischer und elektronischer Sicherheitstechnik. So können Sie sich in Ihren vier Wänden optimal sicher fühlen. Zum Thema Sicherheitstechnik zu Hause begrüße ich ganz herzlich Markus Tommel. Herzlich willkommen. Guten Tag. Wie ist denn Ihr persönlicher Eindruck? Haben die Menschen ein höheres Bedürfnis und einen höheren Wunsch nach Sicherheit zu Hause? Ja, also seit die Einbruchzahlen zunehmen die letzten Jahre, ist das Sicherheitsbedürfnis natürlich angewachsen. Das liegt in der Natur der Sache, wenn das Thema näher kommt, es wird beim Nachbar eingebrochen oder sogar im eigenen Haus eingebrochen, steigt das Bedürfnis nach Sicherheit. Die Leute informieren sich draußen, wollen Sicherheitstechnik und das ist normal, das ist der Einbruchzahl geschuldet. Videotechnik oder auch Fernüberwachung, welche Modelle gibt es da heute auf dem Markt? Ach, unzählig. Die üblichen klassischen Videotechnik-Systeme sind eine einfache Kamera, die man sich vor das Haus hängt, die vielleicht den Eingangsbereich überwacht und im Hausinneren ein korrespondierender Bildschirm dazu. Dort wird aufgezeichnet, was sich bewegt auf der Kamera, kann man sich dann hinterher anschauen. Gibt es jetzt eigentlich für Wohnungen und Häuser unterschiedliche Modelle? Ich denke auch, wenn ich Outdoor oder Indoor bin, sind ja ganz andere Anforderungen an die Kamerasysteme. Ja, ja, natürlich. Also speziell die Kamera muss unterschiedlich ausgewählt werden. Eine Kamera im Außenbereich sollte wasserdicht sein, natürlich, wenn es drauf regnet. Dann natürlich Nachtsichtprogramme installiert haben. Vandalismus ist ein großes Thema. Viele Kameras sollten nicht zerstört werden können. Gibt es tolle Kameras heute, die halten auch Baseballschläger aus. Also das sind so alles Aspekte, die man beachten muss bei der Auswahl einer Kamera. Und das sind auch so die gängigen Themen, die da eine Rolle spielen. Man hört auch immer mehr von der Fernüberwachung per Handy. Bringt das wirklich etwas? Ja, natürlich. Auch dort gewaltig, was sich im Moment entwickelt und auch auf welchem Standort das schon funktioniert. Ich bin im Urlaub, es klingelt an der Tür bei mir zu Hause. Ich gucke auf dem iPhone, wer steht vor der Tür. Vielleicht entspannt sein, weil nur der Nachbar die Post bringt. Zum Beispiel, ja. Oder der Freund oder die Freundin kann ich dann aus dem Urlaub sagen, du, ich bin heute nicht zu Hause, komm nächste Woche wieder. Aber was hilft das jetzt mir, wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel in Spanien in den Urlaub sehe, oh, da passiert etwas am Haus. Sollte ich meine Anlagen auch mit der Polizei vernetzen oder bringt das auch, wenn ich einfach weiß, da ist gerade jemand. Einschreiten kann ich ja nicht. Nein, aber Sie könnten natürlich auch vom Urlaubsort aus die Polizei anrufen. Also eine Aufschaltung bei der Polizei ist nicht zwangsläufig notwendig. Ich würde das vielleicht empfehlen, wenn viel Vermögensgegenstände im Haus sind, wenn es um Absicherung größerer Dinge geht. Aber für ein normales durchschnittliches Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, wie auch immer, wo keine großen Vermögensgegenstände sind, halte ich das übers Ziel hinausgeschossen. Jetzt hört man ja oft, günstig ist nicht immer gut und teuer ist auch nicht immer gut. Genau. Wie ist es jetzt bei der Überwachungstechnik? Ja, so, wie Sie sagen, im Mittelfeld, das sollte eine gute Technik sein. Das muss nicht die Profitechnik sein. Aber da liegt die Wahrheit oft, wie oft, genau in der Mitte. Es gibt heute günstige Kameras in der Preisklasse von 90 Euro und nach oben unlimited. Sie können für 3.000 Euro Kameras kaufen. Das ist natürlich völlig übertrieben für den privaten Sektor. Dann nimmt man Kameras so in der Preisklasse 250 Euro pro Kamera. Das ist völlig ausreichend. Was mir jetzt auch im Beitrag aufgefallen ist, die Kameras haben ja oft der Bildqualität. Ich sage, kann ich diesen Menschen dort wirklich erkennen? Sind die Kameras heute so gut? Weil eine Strichzeichnung hilft mir auch nicht weiter im Notfall. Also im Zweifel kann es die Kamera um 90 Euro nicht, natürlich. Aber eine Kamera um 250 Euro kriegt das hin. Es gibt Weitwinkelkameras, die haben dann einen Weitwinkel von 90 Grad. Da können wir in der Regel bis 15 Meter die Personen ziemlich genau und scharf abbilden. Wenn die Kamera einen Fokus hat, dann komme ich weiter. Also dann schränke ich den Winkel ein auf vielleicht 60 Grad und komme dann bis zu 25 Meter weit und sehe auch Personen bis 25 Meter scharf. Das ist so der übliche Rahmen, der auch ausreicht im privaten Bereich. Wenn ich mich jetzt für die Sicherheitstechnik interessiere, für zu Hause, was sollte mein System auf jeden Fall können? Und was sollte es dabei haben? Also Sie brauchen natürlich eine Kamera, die ist aufzeichnet, die den Anforderungen gerecht wird. Dass man also auch in der Nacht was sieht, die wasserfest ist, wenn sie vor dem Haus installiert ist. Und Sie sollten einen Bildschirm im Innenbereich haben, der die Dinge aufzeichnet. Also aufzeichnen heißt, ich kann es nicht nur eins zu eins anschauen, sondern ich habe zum Beispiel 24, 48 Stunden Aufnahme. Genau. Aber nur dann, wenn die Kamera auch anschlägt. Also die Kamera ist verbunden, gibt es verschiedene Systeme mit dem Bewegungsmelder. Und nur dann, wenn jemand in das Kamerabild reinläuft, beginnt die Kamera zu laufen, beziehungsweise auch das Band oder die digitale Aufzeichnung. Und ich kann, wenn ich heimkomme, Entschuldigung, wenn ich das noch nachschieben kann, wenn ich heimkomme, kann ich schauen, habe eine schöne Auflistung. Und da sind dann zehn Meldungen drauf und kann dann ganz gezielt reinschauen, was passiert ist. Was sind jetzt die gängigsten Modelle, die die Menschen derzeit einkaufen? Das kleine Paket, das kleine 1x1-Paket ist die besagte Kamera, die vor dem Haus hängt, die den Hof einfahrt, filmt vielleicht eine zweite Kamera dazu, die den Eingangsbereich filmt mit dem passenden Bildschirm in dem Bereich. Das ist so das gängigste Modell. Und da gibt es verschiedene Fabrikate, die möchte ich jetzt nicht aufzählen. Da kann man natürlich von bis auch ausgeben. Und wie gesagt, da sind wir im Kamerabereich dann irgendwo bei 250 Euro. Vielleicht muss man noch dazu sagen, es gibt Funksysteme und Kabelsysteme. Funksysteme hat den Vorteil, dass es bequem nachrüsten kann, jederzeit. Leidet allerdings beim Thema Sicherheit. Funksysteme können gestört werden. Es gibt heutige Störsender, die kann sich ein Einbrecher im Internet für ein paar Euro bestellen. Deswegen wäre eine Verkabelung natürlich schon besser. Und dann wächst natürlich der finanzielle Aufwand, auch für so eine kleine Anlage mit zwei, drei Kameras, sind wir gleich bei 5.000 Euro. Also das lernende daraus, alles, was per Funk und was mit Datenübertragung zu tun hat, ist auch immer gefährdet. Weil ich kann natürlich auch von außen auf das System irgendwo zugreifen. Natürlich. Herr Tommel, vielen herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio. Bitteschön. Liebe Zuschauer, wir wechseln jetzt das Thema. Und zwar, wenn wir alt werden und nicht mehr zu Hause alleine leben können, müssen wir meistens ein Alten- oder Pflegeheim. Für die Betroffenen ist das nicht immer schön, aber auch für die Angehörigen nicht ganz einfach. Denn wie finde ich eigentlich das passende Pflege- oder Altersheim? Das klären wir gleich nach einer kurzen Pause. Ende 2013 waren in Deutschland rund 2,6 Millionen Menschen pflegebedürftig. Laut Statistischem Bundesamt wurden davon rund 71 Prozent zu Hause versorgt. Die verbleibenden 29 Prozent leben in Pflegeheimen. Laut Experten wird die Zahl von pflegebedürftigen Menschen auch in der Zukunft zunehmen. Für die betroffenen Angehörigen kommt es im Fall der Fälle darauf an, das richtige Pflegeheim zu finden. Im Alter sich rundum wohlfühlen. Genau das ist nicht immer selbstverständlich. Wenn man älter wird, benötigt man oftmals professionelle Hilfe von außen. Viele suchen dann für ihre Angehörigen ein passendes Alten- oder auch Pflegeheim. Ähnlicher ging es auch Hilde Apfel. Die 93-Jährige lebt bereits seit drei Jahren in einem Geislinger Alten- und Pflegeheim. Und hier ist ihr Tag streng durchstrukturiert. Nach dem Aufstehen am Morgen macht sich das Pflegepersonal bereit für ein Fußbad. Das bekommt die 93-Jährige täglich, denn sie hatte vor kurzem eine Operation am Bein. Individuelle Maßnahmen, die in den Augen von Hausleiterin Ina Roth gerade bei älteren Menschen äußerst wichtig sind. Bei der guten Pflege kommt es zum einen auf die gute Fachlichkeit drauf an und zum anderen aber auch auf die Individualität des einzelnen Menschen. Je nachdem, welche Bedürfnisse er hat oder welche Bedürfnisse sich abzeichnen, welche Unterstützung er braucht. Auf die Bedürfnisse geht das Pflegepersonal auch bei den zahlreichen Unterhaltungsangeboten ein. In diesem Alten- und Pflegeheim gibt es beispielsweise die tägliche Aktivierungsrunde. Hier wird mit verschiedenen Übungen die Beweglichkeit der Senioren und auch die Kopfarbeit trainiert. Zu einer festen Struktur gehört ebenfalls das gemeinsame Mittagessen. Auch darauf, nämlich auf einen abwechslungsreichen und gesunden Speiseplan, sollte bei der Wahl eines Pflegeheims geachtet werden. Denn die gemeinsamen Mahlzeiten sind ein wichtiger Bestandteil im Tagesablauf. Dass das Essen auch wirklich schmeckt, dafür hat sich vor einigen Jahren der dortige Heimbeirat stark gemacht. Mit Erfolg. Die Mahlzeiten konnten so auf die Vorlieben der Heimbewohner abgestimmt werden. Auch Hilde Apfel gehört diesem Mitbestimmungsgremium in ihrem Alten- und Pflegeheim an. In regelmäßigen Abständen treffen sich hier die Mitglieder des Heimbeirates und beschließen gemeinsam wichtige alltägliche Dinge. Das ist schon wichtig. Der Senioren, eine gute Pflege und ein abwechslungsreiches Programm. Das sind also die Grundsteine für ein gutes Pflegeheim. Zusammenfassend sollte also bei der Wahl eines Pflegeheims auf folgende Punkte geachtet werden. Erstens. Es ist von Vorteil, dass sich das Pflegeheim in der Nähe der Altenumgebung befindet. Damit wird eine Umgewöhnung im Alter vermieden. Zweitens. Die barrierefreie Erreichbarkeit des Alten- und Pflegeheims. Dies gilt beispielsweise auch für den Zugang zu einer möglichen Park- oder Gartenanlage. Drittens. Die Zimmer sollten groß und hell sein. Viertens. Für die Heimbewohner gibt es Angebote, die die motorischen und kreativen Fähigkeiten fördern. Fünftens. Beim Essen stehen mehrere Speisen zur Auswahl. Sechstens. Es ist ausreichend kompetentes Fachpersonal vorhanden. Und zu guter Letzt. Das Heim sollte insgesamt einen sauberen und gepflegten Eindruck machen. Riecht es nach Urin, so ist dies ein Hinweis darauf, dass es Mängel in der Hygiene gibt. Wer sich nach diesen Kriterien richtet, kann bei der Wahl des Alten- und Pflegeheims nicht viel falsch machen. Wer sich dennoch unsicher ist, für den gibt es mittlerweile im Internet Seiten, in denen je nach Region Pflegeheime nach diesen und weiteren Kriterien bewertet werden. Unter pflegelotse.de kann man dort die Qualität der Pflegeheime und auch die der Pflege als solche anhand von Schulnoten näher unter die Lupe nehmen. Damit sich Senioren im Alter in einem Alten- oder Pflegeheim auch wirklich rundum wohlfühlen. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Ich hoffe, wir konnten Sie gut unterhalten. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Und das sind unsere Themen kommende Woche. Neuartige Heizmethode. Im Gegensatz zu einer konventionellen Heizung, die nur Wärme und Warmwasser produziert, erzeugt ein Brennstoffzellenheizsystem zusätzlich Strom. Wer auf eine sogenannte KWK-Anlage umsteigt, bekommt zudem Fördermittel vom Staat. Und Dämmen mit Kaffeesäcken. Gebrauchte Kaffeesäcke aus Jute werden jetzt zu einem neuartigen Dämmstoff verarbeitet. Bauen und Wohnen ab Montag, 25. Juli, 20.30 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus. Und der Kreissparkasse Ravensburg. Die Verhaanz heating die Kaffeesäcke für die Kaffee auf derabb Professorse술いく. Der Kreiss 부분 ist sicherlich vogwerkstellbar.